Nach 20 Milliarden Jahren der Entfaltung befindet sich dieses Universum noch in seinen frühen Stadien. Es ist immer noch ein Reich der Extreme. Gefrorene Welten starrer Materie kontrastieren die grandiose Hitze von Sternen mit Lichtjahren von leerem Raum dazwischen. Was da an Biologie ist, erscheint nur wie ein dünner und kaum erkennbarer Film auf der Oberfläche nur einiger weniger Welten. Doch in diesem biologischen Film liegt die Zukunft. Biologie ist eine relativ neue Substanz. Ihre Zeit hat gerade erst begonnen. Die gegenwärtige Verteilung von Materie, Zeit, Raum und Energie bildet nur das Grundgerüst dessen, was einmal sein wird. So wie die Galaxien sich spiralig drehen, so bewegen sich auch die linearen Progressionen der Schöpfung. Bis der Lauf des Wandels diejenigen Formen auf diesem großen Medizinrad hervorbringt, die schon immer schlummernd darin lagen. Denn diese Galaxien sind Nester und Samenkapseln. Jeder ihrer feurigen Sterne ist ein Samen mit darin enthaltenen Designs, die erst noch entfaltet sein wollen, die so verschieden sind von dem, was Sterne heute sind, so wie Eicheln sich von Eichenbäumen unterscheiden. In und zwischen den Sternen jedes galaktischen Nestes sendet die ewige, zeitlose Absicht Energiefelder aus, die für die physikalische Sicht nicht wahrnehmbar sind. Diese Energiefelder werden durch die Schwingungsstruktur jenes uranfänglichen Klanges ins Sein gerufen, dem ersten Ton oder Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. So wie Vegetation entlang des lebensspendenden Netzwerks eines Flusses wächst, so entwickeln sich die physikalischen Formen der Zukunft entlang der Flüsse des uranfänglichen Klangs. Während das Universum sich entfaltet, ziehen diese Energieströmungen diejenigen Wesen und Designs an, welche die kreativen Absichten des Einen, des Lebensspenders vergegenständlichen. Innerhalb der Parameter dieser Energieströme haben individuelle Wesen die Freiheit der Wahl zwischen zahllosen Ausdrucksmöglichkeiten, die gut zu ihnen und ihrer Natur passen. Sie sind frei, innerhalb der Frequenzen des Wortes ihre einzigartigen harmonischen Schöpfungsstile zu improvisieren. Des Wortes umfassende Ordnung ist für das physikalische Auge unsichtbar, doch durch die Augen des Geistes kann sie gesehen werden. Wenn du deine Augen schließt, kannst du es sich vor dir ausbreiten sehen, ein pulsierendes Netzwerk innewohnenden Potenzials, so real wie irgendetwas, das die Sinne wahrnehmen, eine vibrierende Wirklichkeit, die in früheren Zeiten das Königreich des Himmels genannt wurde. Es ist die räumliche, wenn auch noch nicht zeitliche Vergegenständlichung der universellen Gedankenentwürfe, eine Welt von Metaformen und Archetypen, ein Reich der Absicht, welches darauf wartet, sich zu materialisieren. Dies ist das spirituelle Gerüst, um das herum sich die Biologie der Zukunft formen wird, zu einem strahlenden und großartigen Werk, ohne Beispiel und bisher namenlos. Es ist eine Blaupause, ein subtiles Gerüst aus Absicht und Schwingung. Es ist der Entwurf, das Muster für eine fein gewobene, leuchtende Biologie von galaktischer und eines Tages intergalaktischer Ausdehnung. Durch euch wird das Potenzial dieser eingeschriebenen Absicht ins Leben tanzen. Neue Wesen, neue Kreaturen werden erscheinen, um über diese Felder zu fliegen, die jetzt noch formloser Raum sind, um mit uns die Freuden universaler Exploration zu teilen. Eines Tages wirst du die Atome, Moleküle und Zellen zu wirbelnden Mustern einladen, welche diese inneren Strukturen für Gegenstände und für ihre Physikalität sorgen. Vielleicht fühlst du es jetzt. Vielleicht fühlst du bereits das Erwachen. Wir sprechen dich jetzt auf die Frequenzen deiner Essenz an, um dir zu helfen, dich zu erinnern. Die Zeit, die du erzeugtest, wirbelt spiralig aus deiner Präsenz heraus, wie die Wirbelschleppe eines Schiffes, das durch den Ozean gleitet. Die unmittelbare Vergangenheit fächert sich hinter dir auf. In seinem fruchtbaren Kegel erscheint Leben in vielen Formen. In ihm hat die Erde ein Aufblühen ihrer Biosphäre erlebt. Doch es ist nicht die Vergangenheit, welche deine Richtung offenbart, sondern die Intention hinter deiner Bewegung. Der Lichtkegel deiner Absicht für die Zukunft weitet sich strahlend und multidimensional vor dir aus und erleuchtet das universelle Potenzial, das eines Tages Form annehmen wird. Wie das Licht eines Scheinwerfers enthüllt es deine Schwingungsentwürfe in den Himmeln. Aus deinem Zentrum im zeitlosen Sein wirbelt deine energetische Absicht hinaus als ein entstehendes Wesen, als individualisierte Ausdrucksformen, Engel, Modellwesen, Lichtschöpfungen. Ausgehend vom Herzen dieser dimensionalen Schöpfung strahlt dann Intelligenz in konzentrischen Pulsen hinaus durch die weit gedehnten Raumfelder fließend. Mit der zeitlosen Geschwindigkeit der Liebe werden sie in den Transformationsprismen jedes galaktischen Kerns vervielfältigt. Aus dem Zentrum jeder Galaxie fließt deine Intelligenz zu jedem Stern hinaus und vervielfältigt sich noch einmal. Und weiter geht dieser Prozess vom Zentrum dieses Sonnensterns fließt sie zur Erde und in die erwachenden Zellen des fast schon aktivierten planetaren Nervensystems. Deine Multiplikationen vom Bewusstsein rufen die Linearität der Zeit hervor, ebenso wie die vielen Wesen, die dein Bewusstsein teilen, den Wandel des Mondes um die Erde, der Erde um die Sonne und der Sonne in ihrer spiraligen Gemeinschaft mit anderen ihrer Art. Deine Bewegung bringt jetzt dieses Sternensystem in eine neue Raumregion. Du hast uns hier stationiert, die Engel des ursprünglichen Zusammenhangs, damit ich nicht vergesse, während ich schlafe, sagtest du, damit ich, während ich eine planetare Schöpfung träume, nicht in den Wundern der Zeit verloren gehe. In diesem Vierteljahrhundert bringt dein Traum seine Ernte hervor. Die Brücke zwischen Schöpfer und Schöpfung erscheint. Eine menschliche Familie erwartet dein bewusstes Bewohnen. Die Intelligenz, überdeckt und verleugnet im historischen Zustand, erwacht, so wie ein Schläfer in einem einzelnen Körper erwacht. Sie zirkuliert im menschlichen Bewusstsein, schaut durch menschliche Augen, interpretiert die Welt durch menschliche Formen und sie kennt sich selbst als Eins. Das Feld kollektiven menschlichen Bewusstseins tritt nun in das abschließende Stadium des Aufwachensprozesses, bildet seine Selbstwahrnehmung zum Bewusstseinsorgan eines einzigen planetaren Wesens aus, ähnlich einem Gehirn in einem Körper. Ein Wesen mit inneren Organen aus Ozeanen, Wäldern, Ökosystemen und Atmosphäre. Die Menschheit ist sein System, um Informationen zu verarbeiten und seine weitere Entwicklung zu steuern. Die Sprache, durch die wir diese Gedanken gerade filtern, hat keine angemessenen Worte für dieses eine planetare Wesen. für den Schöpfer oder auch nur die menschliche Gattung. Wir wählen die passendsten Etiketten und hoffen, dass die Struktur, in die hinein wir diese Gedanken weben, die Oberfläche deines Geistes durchdringen kann und ein Gefühl für die darunterliegenden Rhythmen des Bewusstseins erwecken, deine Wahrnehmung und Erinnerung aufrütteln, und dich von innen heraus mit einem Verständnis und einer Erfahrung versorgend, tiefer und umfassender, als diese Worte es allein vermögen. Das Ziel dieser Botschaften ist es, den Schöpfer in dieser materiellen Welt zu erwecken und dich in diesem Aufwachensprozess zu führen. Das Ziel ist es, und eine wie einer und地方 in der Kirche in das Kirche in der Kirche